So... Wollen wir doch mal gucken... Oben laufen geht hier auch nicht. Ich dachte, jetzt habe ich hier was cooles gefunden. Da kann ich dabei nicht weiterlaufen. Das ist also auch blöd gewesen. Kann ich hier die Maske aufziehen? Ja, kann ich, aber das bringt mir jetzt in diesem Moment nicht so viel. Das ist der Weg zum vergessenen Wald. Da möchte ich aber eigentlich auch noch nicht hin. Boah, es triggert mich. Ich weiß, das sollte mich nicht so triggern, aber es triggert mich. Und es triggert mich des Todes. Ich muss doch hier dieses... Zeug finden... ...können. Welches irgendwo versteckt ist. Da sind auf jeden Fall schon Pilze. Da war ich schon. So... Gucken wir mal, was hier ist. Ist nix. Ist nix. Ja, hier ist aber nix. Ok, gut, dann ist hier nix. Akzeptiere ich auch. Frage ist, warum ist da nix. Aber das hier ist schon nicht mehr der Baum, ne? Das ist schon der Wald. Ne, der Berg. Ja, das ist schon der Berg. Ja, das ist schon der Berg. Boah, ist das schwer, ey. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich, ich finde das richtig schwer, ob ich jetzt hier noch suchen soll. Oder ob ich weiter soll. Ich würde halt... Eigentlich würde ich liebend gerne jetzt suchen. Aber auf der anderen Seite... Denke ich mir auch... Ja, dann seht ihr halt wieder nur, wie ich doof rumlaufe. Und eigentlich... nicht so richtig weiß, was ich tue. Was haben wir denn hier für Charme eigentlich jetzt bekommen? Also, freischalten möchte ich dich aber... erst später. Die hat noch nicht den Effekt, den ich haben möchte. Beziehungsweise, die hat keinen Effekt, wo ich sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt diesen Effekt unbedingt. Irgendwas habe ich übersehen. Die Frage ist nur, was habe ich übersehen? Wenn ich hier drauf kommen würde, würde ich sagen, da. Aber da komme ich nicht drauf. Nee, da komme ich auch nicht zurück. Da ist es also definitiv nicht. Hier ist es auch nicht. Warum ist es denn nicht einfach hier? Ja. Ja. Hm. Hm. Die muss es ja hier sein. Aber wo? Hm. 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 Auch jetzt kommt jetzt hat wieder diese Sache mit dem Rutschen, ne. Genau, hier war das Blumen, äh, der Blumenschrein Und jetzt waren hier diese War hier dieser rutschige Boden Ich erinnere mich da noch dran Das bringt mir auch nichts, wenn ich mich daran erinnere Das bringt mich meiner Truhe auch nicht näher Da ist dann auch wieder nix Jetzt hab ich schon gedacht, jetzt hab ich den Ort gefunden, wo ich noch nicht war Und dann Nope, da ist nix Jetzt bin ich in der Schlucht angekommen Und hier könnte man doch eigentlich, ähm Ich hab mich auch schon gekraxelt überall Da war ich halt definitiv schon War ich da schon Irgendwas muss ich ja mal ausprobieren Wie gesagt, ich finde den Drang gerade selber ein bisschen nervig Aber ich bin auch ehrlich, was dagegen tun möchte ich auch nicht Hä? Wie gesagt, ob ich irgendwie nix Kann das sein, dass der andere Charme auf dem anderen Der war auf der anderen Rücke, kann das sein? Dass der einfach auf der anderen Seite war? Ja Was ist denn auf dieser Seite hier? Nix? Bisschen traurig Der war bestimmt Geisterpost oder so, ne? Ja Ja, hat man bestimmt dann von hier gesehen, die Geisterpost Und dann konnte man einmal so rumlaufen So richtig happy bin ich jetzt hier gerade auch nicht mit dem, was wir hier finden Ja 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 Hm Hm. Achso, das ist es mit der Brücke, ja. Könnt ihr gleich machen. Was war hier nochmal? Ah, hier war die verfluchte Truhe. Okay. Rechts bei der Klippe war ich aber definitiv. Okay. Ja, die kann nicht heile bleiben, die Brücke. Die ist leider kaputt. So. Ich möchte hier eigentlich nicht noch was verschieben. Ich möchte den schönen, schönen Charme finden, der hier irgendwo ist. Irgendwo ist die Truhe. Die Frage ist nur, wo ist die Truhe? Kann ich so was nicht auch mit dem Ding sehen eigentlich? Nee, ne? Ich hätte ja echt gedacht, dass sie vielleicht hier irgendwo ist. An dem Haus. Einfach aus dem Grund. Weil ich mich erinnere, dass ich mich hier nicht so super ausführlich umgeschaut habe. Sondern eher nur ein bisschen flüchtig. Aber hier scheint es nicht zu sein. Also. Dann. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Boah, ey, mein Gott Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier nichts finde Ich meine, irgendwie muss es ja sein Die Frage ist halt nur, wo Ich wollte gerade sagen, ich glaube eigentlich nicht dran, aber Hätte hier sein können Aber hier haben sie es auf jeden Fall nicht versteckt Weil das wäre Halt aufgefallen Das hätte ich ja auch gesehen So, hier habe ich auch geguckt gehabt Also ich gebe zu, ich habe jetzt halt explizit nach Sachen geguckt Die ich irgendwie mit einer neuen Fähigkeit Oder so, dass ich sozusagen an den Ort komme, an dem ich noch nicht war Aber Ich finde keinen Das ist halt ein bisschen der Aber ich werde jetzt ganz bestimmt nicht Einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen Und dann habe ich es halt nicht gefunden Das wäre ja richtig doof Aber ich würde sagen, wir sind jetzt hier an einer Stelle An der ich einmal ganz gut Pause machen kann Und ich bin dann gleich wieder für heute da Ich will mir etwas mehr zu trinken und so weiter und so fort Bis gleich Bis gleich